So, hier Michael Bixler, der war die ganze Fahrsacht unterwegs, du müsstest eigentlich total kaputt sein. Richtig. Du bist eh kaputt, ja. Michael, was wünschst du der Melissa? Nur das Beste, alles was sie sich wünscht. Alle Träume sollen es in Erfindung geben. Von deiner Seite auf jeden Fall die Musik immer nach oben. Musik steht natürlich ganz vorne. Okay, und du darfst Leute grüßen wie immer. Schieß los. Ich grüße dich, die Melissa, wünsche alles Gute zum Geburtstag. Ich grüße das ganze B6 Team. Dankeschön. Was an jeder Front ist, immer geil, immer performend, immer perfekt. Immer unterwegs. Und natürlich MB Music. Jawohl, ganz klar. Tumbleweed. Ja. Hotshots. Jawohl. 8PM. Stone and the Rockets. Stone and the Rockets. Der Maxor, der Schäfer, Gerd, die ganze Musikerkollegen. Alle Pärer sind seine Musiker. Jawohl. Und die ganze Welt. Und dass ja auch alle am 4.4. ins Quasimodo kommen. Ganz genau. Osterrock. Osterrock. Richtig. Am 4.4. Okay, Micha, wir geben jetzt Gas.